Die Opal, das sind jetzt drei Neuheiten für dieses Jahr, die im Fall gekommen sind auf die nächsten Positionen von Argento. Sind wir gespannt auf die Argento Opal. Auf der Nummer 67, Position 67, Argento, Orchid, die Orchidee. Auf der Position 68, Argento Capri. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön.